ARD Text im Auftrag von Funk Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play The Walking Dead Wir spielen da weiter wo wir aufgehört haben hoffentlich Wir starten Continue Hoffentlich Back frei Ach du Scheiße Ach du Scheiße Oh Oh nö Ja der ist jünger der ist jünger ich muss aufs Kind achten Ich muss aufs Kind achten Ich hab dich Ich hab dich Wir sind fast zurück Get this tractor auf von mir Please help me Please Oh nö 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 Ich glaub er wird mich hassen Der wird mich 100% hassen Ohohoho Ich hätte eher den anderen retten sollen weil Kenny ja eh schon aufs Kind fixiert war Oh nö Get the fuck out of here I'm sorry Sorry? Your son is alive You don't get to be sorry And you You didn't even try to help Mhm I was worried about the boy Look at him But you weren't worried about that Please Just go Get out And never come back Oh manno Ah fuck Ich hoffe das war eine richtige Entscheidung und kannst dann meine Kommentare schreiben was ihr schon mal gespielt oder gesehen habt Aber ich musste diese Entscheidung treffen Oh man So eine Entscheidung schon am Anfang Ah danke Wenigstens war Kenny dann dazu geworden Als Freund Immerhin Immerhin haben wir dadurch Beziehung zu Kenny gestärkt Das ist schonmal gut Ich glaub Weil Ich weiß das in Season 2 Deswegen weiß ich dass das ein wichtiger Charakter wird Ja Das ist sehr weit wie wir gehen Und das ist sehr weit wie wir gehen Wir gehen Also weit genug Tja Das Schiff hat Drog um Drogerie Oh Gott, nein, 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 schon wieder, Mann Oh, ich dachte schon, ich bin sonst gewertet Ja 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 Das ist ein gutes Argument Das ist ein gutes Argument Was ist das? Ich, ich habe zu spüren Ich gehe nach oben, in einem Sekunden, ich glaube, du würdest In einem Moment, Clem Sie haben Kinder, Luke Ach, ich sage dazu gar nichts Ach, ich sage dazu gar nichts Oh, ich bin Oh, ich bin Oh, ich bin Oh, ich bin Nein Nein Nein, wenn der das jetzt macht. Umfacht er mich? Können wir uns wirklich richtig erinnern? Immer schön loyal bleiben. Das ist so ein Arsch. Das ist so, wie du dich gehst. Er ist nicht gebetet. Bitte stoppt das. Es tut ihn umfacht. Oh, ich habe ihn umfacht. Er hat ihn umfacht. Er hat ihn umfacht. Er hat ihn umfacht. Vater, wir verstehen es. Es ist ein großes Problem. Ja. Wir sehen es. Du wirst mich schrauben? Du und ein homo-parade. Diesen. Das ist gut. Kleine Junge. Bevor du deine Mutter möchtest, kannst du deinen Vater sehen, dass er seinen Mund kaputt ist. Ich werde ihn töten, Kat. Nur über Duck. Lee! Ja? Es gibt jemanden da. Es ist nur geschlossen. Du bist... Du hast ihn umfacht. Sie ist hinter dem Kleiner. Wahrscheinlich. Hey! Ich bin kein Mensch hier. Ich bin nur nach mir angeschaut. Ich bin nur nach meiner Frau. Nein. Du bist nur der Mann, die Arsch für kiezen ein Kind. Er ist in Wach. Sie finden den Lauf. Sie finden die Bite. Sie will nicht. Sie nicht. Und wenn sie das... Lass das, die erneut wird, ist das Kopf erneut in seiner Mutter. Dann, wenn sie tot, er sicherlich auf deine Frau. Ah, der ist so ein Arsch. Wir bleiben okay in die Seite. Ich will hier so ein Schlag sein. Du Scheiße. Ach, die Scheiße. Die hat uns beschützt. Ich fass es nicht. Oh, das muss es nicht sein. Oh, das ist so ein Schlag. 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 Ich hasse den Typen. Oh, das ist so ein Schlag. Maybe through the office. How do you know that's an office? Educated gas. It doesn't matter. We need nitroglycerin pills. Please get in there. I'll keep an eye on my dad. Everyone else should get comfy and look for anything useful. We could be in here a while. I'm starting to think this drugstore isn't a permanent solution. You're right. This ain't exactly Fort Knox. What do you suggest? We need as much gas as possible so we can all get out of downtown Macon. Fast. Agreed. And I'll head out and get gas. There's a motel not too far from here. Out towards the end of Peachtree. I'll work my way towards it and then loop back, siphoning what I can. Damn, that'd be great. Well, it's gotta get done. Plus, I'm quick and I know Macon. Local? Born and raised. Hmm. If you're gonna do that, here's a walkie-talkie if you get in a tight spot. Hopefully, you won't need it. Cool. Clementine's got the other one. Check in with her and get back here as soon as you can. And you? What's your name? It's Lily. My dad's Larry. Keep a good eye on him. These boys will work on getting you your medicine. That's right. And you? You keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it. And I'm Carly. Okay, Carly. You'll shift in with Doug when he needs it. For now, get some rest. You're a good shot. And I'd like to keep it that way. You got it, boss. Now get him those pills. Die nennen ihn schon Boss, weißt du? Äh, so. Energy Bar. Ich glaube, die braucht sie. Sieht so aus, ne? Ich kann anscheinend irgendwas machen. Hm, nichts. Einfach lauter stellen. Netz auf Power nochmal. Nichts. Dann drehen wir das Teil mal um. Ja, Logik. Die Batterien müssen da rein. Du weißt, dass es keine Batterien gibt. Ja, natürlich. Ich meine, ja. Nein. Ich kann versuchen, was zu finden. Nehmt, zwei. Danke. Ich würde nicht wirklich wissen, was zu suchen. Ich habe doch gerade Batterien genommen. Hä? Ich habe die Batterien doch schon. Oh, äh, danke. Du bist willkommen. Ach, es ist ein Chocolat-Baus. Oh, äh. Ja, sie könnte, ich glaube. Ja, gib sie ihr. Ich kann sie sich selbst nehmen. Okay. Ich dachte, es waren die Batterien. Wo ist Clementine denn? So, hier. Fotografieren. Ja, das ist nichts, was irgendwie interessant ist. Battery. Ducky. Ist das sweet. So, aber wir haben die Batterien, die wir brauchen. Und die können wir jetzt da reintun. Gut, dann haben wir dir ja schon mal geholfen. Die fragen, warum man irgendwas braucht. Äh, ja, lass uns mal kurz gucken. Ich bin immer interessanter hier. Oh, ich bin immer interessanter. Hör mir. Hoi. Sind nicht wenig. Soweit kann ich sagen. Lecker. Lecker Ja Ähm, ja Das, okay Das war's, ich will hier jetzt aber auch nicht rumhängen. Könnt ihr mich wieder reinbringen? Aber warte mal Oh, nee. Das waren die Eltern, ne? Ah, komm, wir müssen mal noch weiter mit ihm reden. Wir fragen ihn auch was. Ja, ich bin dein Papa. Er machte tech-stuff und es machte Sinn. So, du bist ein local. Du wahrscheinlich kennst du den owners von diesem Ort. Nein, nicht wirklich. Ich habe nur hier ein paar Monate und habe viel Zeit. Auf dem Computer? Nein, nur... Ich mache mein eigenes Ding. Was ist dir? Ich habe hier gewonnen. Ich habe mich nicht nach Hause, seit dem Tag er zurückgebracht. Oh, also... Du wahrscheinlich kennst du den owners, dann? Ja, ich habe. Ja, gute Leute. Lass uns an seinen Eltern nur noch Pro. Wollen wir reingehen. Besser ist es, wenn wir reingehen. Wir müssen zuerst mal gucken, dass wir die Tabletten für den Kerl kriegen. Und dass wir Clementine noch was zu essen geben. Zwischendurch können wir aber auch mal mit den hier labern. Hey, Lee, vielleicht hat ihn nicht so gut gemacht. Es gab schlechte Pläne. Er sagt, dass der Typ nicht in der Kopf wurde. Wir, Kat und ich empfangen deine Unterstützung. Danke, Lee. Es ist okay. Es war nur ein Schock. Wir sind glücklich, dass niemand in hier wurde. Wie ist sie? Sie ist gut, ich denke. Sie ist ein schwerer Typ. Sie ist nur eine kleine Mädchen, Ken. Sie sagt, Lee, sie hat sie lange überleben. Das stimmt. Nicht nur eine kleine Mädchen kann das tun. Was ist der Plan? Das stimmt. Das stimmt. Es ist gefährlich. Also, wir müssen uns warten, um die Dinge zu entfernen. Du sagst, dass deine Familie von hier in Macon ist? Das stimmt. Wo sind sie? Wir müssen sie suchen? Was? Was ist das? 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 Ich weiß nicht, oder? Kat, das ist nicht unser Geschäft. Wir sind gut, wenn man sich. Wir haben alle viel überholt. Lee, du hast einen Moment? Klar. Ah, dann reden wir ein bisschen mit dem lieben Kenny. Ja. Wir haben nicht versucht, ihn zu retten. Das Blut ist in unseren Händen, du weißt? Es hat ziemlich schnell passiert. Ich glaube. Aber ich kann ihn nicht stoppen, dass er in meinem Kopf gesehen hat. Wir können uns nicht töten. Wir töten diesen Mann. Wir könnten ihn zusammen töten. Wir haben getan, was wir können. Schade passiert. Wir haben keine Wahl gemacht. Wir haben keine Wahl gemacht, das hat Sean töten. Du denkst, wenn du es zurückkriegst. Aber in einem Moment, wenn Dinge wirklich aus Kontrolle sind. Du weißt, ich habe keine Wahl. Ich glaube. Ich versuche es zu lassen. Konsole? Was? Ah, gut, dass wir mit denen reden. Mit den ganzen Charakteren. Dann bauen wir ein paar Freundschaften auf. So. Schock. Äh, Energy Bar. Stimmt. Die wollten wir ja. Für die Liebe. Clementine mitnehmen. Den reden wir erstmal nicht. Wir gehen erstmal mal gucken, wo Clementine ist. Und was ist da? Auch eine Energy Bar. Nehmen wir mal ein paar mit. Da kann er nie genug haben. Da ist noch einer. Bevor wir zu Clementine gehen, nehmen wir lieber noch einen mit. Man kann ja nie genug davon kriegen. Na komm. Mag's sein. Hier geht's. Danke. Natürlich. Ich kann auf Clementine sein, das ist gut. Hey. Den Rest können wir auch unter den anderen Leuten verteilen. Any word from Glenn? Nothing. Is he okay? Yeah, I think so. You're doing a good job. Can I, uh, get you anything? I'm okay. Maybe I'm a little hungry. Still, huh? Yeah, it wasn't that. I know, Glenn. I'll see if I can find something else for you. So, uh, Are you okay? What? Uh, yeah, yeah. I'm fine. I'm fine. I'm good. That's good. Yeah, I think so. Being good is good. Despite the circumstances. Yup. Well sit tight. Okay. Warte mal, ich hatte noch mehr Hunger, ne? Ah, man kann ihr nichts mehr geben, aber... Okay, dann gucken wir, dass wir... Ah, da will ich jetzt erstmal nicht hin. Die sind sauer auf uns. Aber da gehen wir, was? Der ist ein Kind. Das ist gut. Das mögen die. Das mag ich aber auch, wie die das mögen. So. Wer soll man denn noch was anbieten? Dann... Die wollte es nicht. Der, dem auch nicht. Okay, dann geben wir erst, ähm... Ähm, denen, weil... Es ist übrig bleibt. Und jeder sollte was haben davon. Find ich jetzt. Ich bin so sweet. So. Aber wir reden nochmal mit denen. Ich bin so... Lilly. Mein Vater ist Larry. Ich hatte nur was ich vorher zu tun. Jeder hatte. Jetzt ist mein Herz wieder zu sein, und ich bin nicht mehr zu tun. Und diese Angst vorhin mit meinem Vater... Das nicht hilft. Was ist passiert mit ihm? Er hat eine Schmerzung. Er nimmt Tablets Nitroglycerin sehr regelmäßig. Ich habe gesehen, ein paar Schmerzungen, die er nicht konnte, und er musste nach dem Krankenhaus gehen. Ja, das ist... nicht wirklich eine Option. Ich versuche ihn einfach zu halten. Er hat... Ah, du bist. Ja, er bedeutet das nicht. Es ist nur das... Ja? Mhm. Wir haben Kinder hier. Familien. Er und ich sind eine Familie. Ich sage nur, dass einige Leute nicht so wie das können. Hell. Es scheint, wie du kannst. Es ist nur seine Weg. Nicht ihn der Grund, warum alles verletzt ist. Ah, Mann. Okay, nee. Ich sehe da keinen Sinn mehr in diesem Gespräch. Savannah. Ich denke. Oh. Ihr seid zusammen. Oh, nein. Ich bin nicht ihr Vater. Ich habe in einem Haus, wenn wir aus der Atlantik, sie hat sich selbst überlebt. Ich denke, dass die Frau's Eltern das nicht gemacht haben. Oh. Ich habe gehört, ich habe eine Antwort. Sie waren in Savannah. Sie war mit einem Sitter. Es war nicht gut. Well, sie ist Glück, zu haben Sie. Du bist von hier? Ich arbeite bei Warner-Roberts, auf dem Schmerz. Ja, ich weiß es. Pilot? Nein. Es war nur ein Schmerz. Ich arbeite mit ein paar Schmerzen und Bürokraten. Manchmal ein Flugzeug, wenn ich glücklich bin. Du? Ich arbeite bei UGA. Hm. War jemand hier, wenn du hierher kam? Nein. Dieses Ort war ziemlich verletzt. Wir haben ein paar Körper aus dem Offen. Nein. Du bist okay? Ja. Ich bin gut. Du kennst dich jemanden hier? Ja. Die älteren, sie waren... Wir waren nahe. Entschuldigung. Wir haben einen älteren Mann im Offen. Dad hat sie raus, um sie nicht wirklich sterben. Was denkst du über all das? Was ist da, zu denken? Die Töne sind auf, um sie zu essen, um sie zu essen, um sie zu essen, um sie zu essen, um sie zu essen. Ich meine, Jesus. Wir müssen zusammenbleiben und durch das zu essen. Ich werde ihm zurückkommen. Klingt gut. Schauen wir uns nächstes Mal.